So, versuchen wir mal zwei. Die dicke war ja nicht. 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 da haben wir keinen Boden theoretisch ist dort wieder Boden sehr gut kann es in die Richtung hier ist schon Schluss hier rein kann ich silber scarabios wahrscheinlich um mehr zu finden sonst keine weitere geheime Wand kein Boden mehr hier ist noch der Boden da war an sich nichts also dann nur noch hier runter hier ist nichts hier müsste auch nichts alles gehen hier 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 eine Todeswurzel die habe ich gesucht ok hier 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 Und viel Spaß.